Ein herzliches Willkommen zu einem weiter paar Let's Play Dragon Quest Elf. Ich bin das war ein bisschen Muffix. Beim letzten Mal haben wir uns hier mit unseren guten Freunden inklusive Printfales hier umgeschaut. Denn wir haben ja hier den herabfallenden Stern von Edwin gehabt. Dieser rote Galoppel ist zu vernichten, glücklicherweise. Na, das ist noch die Frage, das wird sich noch herausstellen. Hat sich das erledigt? Denn der Stern, der kurz davor war herabzusenken, wurde zerstört von einem mysteriösen Wesen. Doch was dieses Wesen ist, das wissen wir noch nicht. So, was machen wir denn? Ein Weepernstoß, oder? Komm. So, jeder kümmert sich um sein. Du machst kurz auf den da. Und JD und... Du gehst auf den... Genau, auf den Schritt. Naja, dieser herabfallende Stern wurde von dem dunklen Schwert. Also das, was uns hier... Also so haben wir es unsere Freunde zumindest genannt. Deswegen gehe ich mal voraus, dass sie da mehr wissen als sie. Von dem Schwert eben... Oh nein. Oh, Eric, du bist so ein Lutscher. Genau, greift Shetan. Haut sie so richtig durch, Mann. Also zumindest dieses Schwert, was eigentlich mal uns gehört hat, was nun möglicherweise natürlich dem Bösen gehört. Hier hat Edwin's Stern zerstört. Und die Frage ist natürlich, wenn das zerstört wird, würde es dann nicht mehr so machen, dass wir dieses Schwert vielleicht gebraucht hätten? War dieses Schwert... War es wirklich gut, dass das Schwert zerstört wurde? Äh, dass der Stirn zerstört worden ist? Ich weiß es nicht. Weil eigentlich sind wir hierher gereist, um den Hammer zu suchen. Und irgendwie sind wir da kein Stück näher dran gekommen. So. Genau, hat's auch auf Jade drauf. Jade steht da drauf. So. Aber trotzdem müsste ich sie mal heilen. So, mehr Heilung, da, Jade hier. Genau, stell wieder auf. Kommt, sie ist kurz davor gekräftigt zu werden. Das kann nur noch mal so lange dauern. Alter, die Viecher haben Leben, Mann. Wollte ich mal einfach so hart wegen Schaden. Nein. Nie auf Hendrik. Nie auf Eric. Ja, der trägt eh nix. Genau, auf Jade, Mann. So richtig. Mit Schmuckis. Also, Eric in den kräftigen Wois, das ist ganz wichtig. So. Dann kürzen wir mal wieder. Kürzen uns vor uns hin. Kürz. Kürz. Hey, dieses Viecher hat Leben, Mann. Also, ich mach mal nicht, sie muss nicht schaden. Ich glaub. Da, das kann ich eigentlich mit einem Heap von Jade kaputt, Mann. So, die will ich dauern. Okay, alles dann. Kommt, Jade gekräftigt. Will sogar Jade nicht gekräftigt werden. So, warte. Und zwar. War bis hier. Erdmord. So, einfach. Kannst doch gehen, Mann. So, Bodo. Heil, Mann. Genau, Half-Jade, Mann. Ist richtig fest. So, verteidigen. All die, die musste jetzt mal in den kräftigen Modus gehen. Die hat jetzt richtig viel Schaden einstecken müssen. So, naja, zwei, sie sind hier schon wieder wenig. Dafür würde ich jetzt schon für meinen Geschmack zu schwer. Na egal. Übrigens, wir haben hier ein neues Ross. Plätze haben wir vergeben. Bäm, bäm, bäm. Weiter geht's, komm, alles da war. So, oh, da ist der Gelehrte. Es war ein unglaublicher Glückfall, dass Edwin-Stern just in jedem Moment zerstört wurde, als er eigentlich herabfallen sollte. Warte, noch in der Nieder-Tram-Sand, als es gestanden war. Nee, der Alt-Une, bitte verratet mir. Habt ihr dort irgendwas erwähnenswert gesehen? Wie bitte? Bei den Sanden? Ein finsterer Gestalt erschien und er schlug den Stern zu helfen. Ich habe das Gefühl, dieser jemand hat uns hier keinen Gefallen getan, sondern hat irgendwas Schlimmes getan. Kalmos war doch dieses Wort, was wir gehört haben. Ich denke mal, damit wird es irgendwas auf sich haben. Schön. Genau, macht richtig gut Schaden, ihr könnt's doch. Wenn ihr euch hier beklauen, ne? Du bist so schlecht, Eric. Boah, es ist so schwer, man. Was hab ich denn eine Lösung? Ja, das sind keine Untoten. Mein Blitzstoß, Erntemode, irgendwas. Mehr oder weniger sind sie so fliegende Gegner. Clear. Müssen wir übrigens erst mal ein, das geht auf alle Gegner, nicht nur auf eine Gegnergruppe, sondern auf alle. Das ist eine sehr coole Attacke. So, und du gehst jetzt Shater. Du bist kacke. Sehr gut. Jeder, geh den kräftigen Modus wieder aus, Shane. Ich will doch einmal nur wieder mal ein schönes Event haben, dann bin ich doch wieder erst mal glücklich. Komm, down. Das heißt, alle so hart sprach, man. So, aber es hat mich schon gewundert, ich dachte, dass da kommt der ultimative Gegner. Und dann saust er einfach und dauert uns vorbei, man. Das fand ich schon lustig, man. Der kommt da angesaust, dieses schwarze Schattengestalt und dann ist er einfach weg. So. So. Ah, dann soll ich mal geschafft. Ja. So, äh. Aufstellung, 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 Aufstellung. JD raus. Äh, Serena kann rein, ist mir nicht wurscht. Hä, wir hatten schon ewig. Wir hatten noch nie Serena der Party, seitdem sie wieder dabei ist. Das brauchen wir nicht so. Ach komm, da sehe ich gleich einen Speicherpunkt. Hame, Hame, Hame. Bam. Ausglichen, friend-ass. Der macht so hart viel Schaden, Henrik, man. Ist schon gut, man. So, dann machen wir einen Meuchelmörder. Der Meuchelmörder hat noch nie geklappt. So, und jetzt kommt die neue Serena. Stärker, schöner, was auch immer. Äh, sie kann jetzt alle, äh, Zaubersprücher, aber wir bleiben trotzdem bei ihrem alten Zauberspruch, nämlich. So, jetzt kommt Bodo mit Claire. Alter, wie schade, das wieder gemacht hat, man. So, okay. Jetzt müssen wir ganz kurz dahin gehen, speichern. Dann nehmen wir unsere ganze Party wieder, also unsere wichtige Party. Können wir gleich machen. So, Aufstellung. Morgs. Hendrik, lass mal drin. Äh, auch wenn Hendrik niemals trifft. Ronaldo. Obwohl, Hendrik kann ich nicht mitnehmen. Obwohl. Aber Hendrik trifft eh nie. Hendrik trifft nicht. Dann lass ich Bodo drin. Mit Bodo kann ich immer die Leute... Na, mit Bodo kann ich ja nix machen. Ich hasse diese Kackviecher, man. Aber, Leute, ich sag ja, diese dummen Schleime zu eliminieren, das lohnt sich halt so sehr wie nix anderes in dem Spiel, man. Aber wenn man das intensiv macht, man dann... Mir fällt gerade auf, mit Maxi haben wir doch eh einen Move, mit dem wir uns automatisch kräftigen könnten. Habe immer noch nicht ein einziges Mal eingesetzt. Das müssen wir jetzt mal machen. Kostet 25 MP, das ist aber nicht so viel. Ich meine, wenn es 100 MP kosten würde, dann... Okay, dann muss man sich überlegen, auf 25 ist jetzt nicht die Welt. So, also komm, irgendeine Gegnergruppe. Ich reitsche irgendwo schon lange auf meinem Pferd rum. Aber ist auch cool. So, komm her. Ich soll jetzt Angst haben. Komm, Kräfte. Äh, Metallschirrglanzk. Jackpot! Und ich hoffe, das Eschenburger Wiegenlieg kann ich machen. Man, deswegen wäre es auch keine schlechte Idee, Bode zu haben. Aber jetzt fliehen sie eh erst mal, bevor ich irgendwas machen kann. Ne. So. Wenn das klappt, man. Scheiße! Ich bräuchte so dringend Eric, man. Ich hätte so dringend Eric gebräucht, man. So, äh, was machen wir? Falkenheep, Falkenheep, Falkenheep. Gigaheep, Falkenheep. Den, da müssen wir ihn. Den, da müssen wir ihn. Einer, super. Ronaldo, du kannst dann Metallheep. Einer. Hauptsache, greift mich an. Keiner schläft. Alle greifen an, das ist sehr gut. Der schläft, sehr gut. Jetzt hätte ich so dringend Eric gemacht. Komm, Blitzsch das, bitte, bitte geh. Du blöde Kuhmann. Entschuldigung, aber das ist einfach doch scheiße, wenn man halt nie trifft, man. So. Ryo, 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 ryo. Alter. Jetzt Flitter. Nein. Sehr gut. Deine Flitter wird's. Ja, ist mir wurscht. Lass den anderen noch schlafen. Ja, aber er schläft immer noch. Alter, ist sie so unfair, Mann. Natürlich. Es wird jedem was ausklappen in dem Spiel. Der war mal gut. Jetzt komm, stirb. Endlich. So, und jetzt macht der andere wieder auf. Nein, super. Nee, stirb immer noch. Warte, dann, äh, Aufstellung. Ähm, Bude raus. Eric, nein. Ja, scheiße, das habe ich jetzt mit Maxi gemacht. Das hätte ich halt nicht mit Maxi machen müssen. Da, Maxi, ist immer noch dran. Sehr gut. Äh, warte mal. Verteidig. Okay, wenn der trifft, dann ist mir eh, wasch, dann ist er eh, game over. Aber der trifft nicht. Aber er hat hat gegriffen. Okay, Eric, was ganz umsonst da. Habt ihr nicht gebraucht, so. So, 42, da hast du Erfahrungspunkte. Habe ich schon mal gesagt, dass sich das schon lohnt, die zu eliminieren, Mann? Und wir haben jetzt noch zwei. Hätten auch noch drei eliminieren können. Ach, Leute, das ist so schön. Aber trotzdem ist es traurig, es ist ein Level, Mann. So. So. Und Hendrik noch. Sag ich doch, alle. Wir können mal ganz kurz schauen. Aber ich denke, da wird nichts. Äh, was. Ach ja, stimmt ja. Ich wollte ja irgendwann mal den Gigaschlitzer haben. Ich vergesse es jedes Mal, aber die Kräftigung haben wir dafür jetzt. Äh, und mit dir, glaube ich, du hattest doch hier irgend so einen geilen Move. Genau, Volltreffer, den müssen wir haben. Aber dafür brauche ich jetzt erstmal den. Das dauert also noch 100 Jahre bei dir. Äh, Serena. Keine Ahnung, was will ich mit Serena machen? Jetzt so viele Punkte. Äh, oh, doch, hier. Gute Göttin. Das wollten wir machen, genau. Das ist ein gutes Skill. Ausnahmsweise, ausnahmsweise hier. So, was gibt es bei dir, Rio? Ich will ja, Gruß, Jo. Schmatze, alle ab, Mann. Schmatze, alle ab. So, und da brauche ich 18 Punkte. Mit Jade habe ich noch einen Punkt. Aber mit Jade gibt es eh nichts Sinnvolles mehr. Außer halt, das ist die Standard, dass ihr mehr von allem hat. So, oh, ein Metalltröpfchen. Kann ich das essen? Gut. Dann, Charakteraufstellung. Aufstellung, schon. Äh, und Bodo rein. Lass Handic draus, Mann. Weil es lohnt sich halt auch mehr, weil, ich meine, fürs Kämpfen ist Handic natürlich besser als Jade jetzt so im Direktvergleich. Äh, auch besser als Ronaldo. Aber Rianalda hat die Step Boots und es geht halt einfach im Endeffekt nur darum, alle immer zu kräftigen und dann halt mal schön 42.000 Erfahrungspunkte einzusacknen. Und wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich einfach noch klar, das ist mir doch wurscht, Mann. Ich schäme mich damit auch nicht. So, jetzt sind wir wieder beim Sultan. Haben wir 10 Minuten hier verschwendet vom Part. Aber komm, wir haben die Katastrophe abgewendet, ohne irgendwas zu machen. Ich meine, was haben wir jetzt echt gemacht? Wir sind hingegangen? Wären wir doch nicht hingegangen. Hätte sich hier nichts geändert. Finde ich super. So, und schon sieht die Sache hier ein bisschen gut aus. Wir haben jetzt hier als Held gefeiert. Wäre der verdammte Prinz nicht gewesen, hätten wir den Ruhm hier einsacken können. Ich will doch auch mal. Ich meine, Leute, wir haben eine Königin, einen Königssohn, eine Königstochter, also Prinz und eine Prinzessin haben wir. Die heiraten übrigens. Ich und Shade. Und keiner hat uns irgendwelche Reichtümer jemals geschenkt. Das ist doch Schwachsinn, Mann. Irgendwann mal so ein kleines Schloss oder sowas. Könnte ich mal schon mit leben. Aber nun gut, schauen wir erstmal. Wir wissen immer noch nichts über den Hammer und ich hoffe, da fragen wir jetzt erstmal nach. Es ist ein Relief zu sehen, meine Freunde. Wenn die Staren zerstört, ich konnte nicht helfen, aber die Wurzeln. Farris hat erklärt, alles, was zu passen, aus den Sands. Es scheint, ein Saviour kam und hat die Lantern geschenkt, bevor es layte in meinem König. Aye. Though, I wouldn't go calling him your Saviour just yet. Anyway, never mind that now. There's something I want to ask you, your Majesty. The runes on the barrier around the Star, they spelled out a word. Kalasmus. Does that mean anything to you? Kalasmus. Hmm. Hmm. Sadly, it does not. Well, if it was written in the side of a star, you can bet it means something. Something important. Hmm. Yeah, but we can't go letting it distract us too much. Mordigan's not going to defeat himself. We've worked to be getting on with. Lord Robert, your quest to defeat the Lord of Shadows is a noble one. The people of Gallopolis will be praying for your success. Yes, and if there is ever anything you require, you need only ask. After all, I still owe you a favor. Oh, how clean for God. We need to ask the Sultan about that hammer that used to belong to Erdwin. Is there something I can help you with, Lord Robert? As a matter of fact, there is. I need to pick your brains about a giant hammer that's supposed to be kept here in Gallopolis. We're going to need it to defeat Mordigan. And apparently, Yulot have had it since the age of heroes. Oh. The giant hammer, you say? Oh, yes. You mean the forging hammer? It has been in the royal family for generations. Ferris, fetch the forging hammer from the treasure room. Ah, this is it. This is Erdwin's hammer. The one we saw in the vision. Father, do you truly intend to give the hammer away? We had intended to sell it in order to fund this year's son nation... Silence! Insolent boy! The forging hammer is one of Gallopolis' greatest treasures. It has been handed down through the generations since time immemorial. But if we must relinquish it, then so be it. You are the only ones who can defeat the Lord of Shadows. If you need it, it is yours. My nurse once told me that the power of the spirit of the land resides within the forging hammer. It is said that it can beat even the hardest of metals into shape. At least I think that is how the story goes. Well, I hope it helps you on your quest. Best of luck, dear friends. I will expect good news. Tja, muss ich erstmal schnell die Welt retten. Nichts leichter als das. Okay, dann. Schillerzweig, Schillerzweig. Hafelolai, Halsband. Äh, benutzen. Okay. Die Musik war ganz geil. Äh, die Musik war ganz geil. Was habe ich gerade gemacht? Ist das die Halskette von, äh, die hier Eric Schwestern drauf hatte? Sieht so aus. Ähm, genau. Das wollte ich eigentlich benutzen. So. Ich muss nochmal kurz abheben. Auf Wiedersehen, Penner. Alter. Ich würde zu einem Engel. Cool. Ähm, das ist doch eigentlich keine Flöte. Ich dachte, das wäre eine Angel. Na gut, ähm, so richtig viel haben wir uns nicht erfahren. Also, wir haben zwar den Hammer gefunden. Das ist schön. Aber, naja. Also, okay. Unser nächstes Ziel ist jetzt, äh, dieses lustige Mineral. Das ist natürlich die goldene Frage, wo wir hingehen müssen. So. Auf einer fliegenden Insel war das mir real. Warte mal. Gut, das Erz, äh, vom alten Schlachtfeld auf dem, äh, und den Hammer und den Olympus bringen sich zum Schmied, äh, Volkant. Also zum Volkant müssen wir am Ende. Ja gut. Nein. Also, wir müssen jetzt eine fliegende Insel ansteuern. Na, so viel haben wir da jetzt auch nicht. Ja gut, da haben wir eine fliegende Insel. Und da hinten. So. Da. Dann stürzen wir uns mal dahinter, oder? Ui. Oh. Hey, cool. Direkt über hier, über Porto Valor. So. Val Landplatz der Laguna Gondalia. Nein. Da will ich hin. Das alte Schlachtfeld von Ketos. Genau. Da sind wir doch richtig. Okay. Das sieht schon mal sehr heimelig aus. Äh, riesige Kürzernhalter. Jo. Okay. Dann Haben wir jetzt hier einen Weg gefunden Ohne das Licht wären wir hier eh nicht weitergekommen Das alte Schlagfeld, na gut Hier müssen wir dann dieses Erz finden Jetzt haben wir den Hammer, das Erz Und jetzt ist es dann nur noch eine Fragezeit Bis wir auch das Schwert hier wieder haben Da würde ich mich schon sehr interessieren Wer genau hier gelebt hat auf den himmlischen Inseln So, U1 Bist du das Erz? Ist da das Erz? Nö Wieso muss das Erz immer ganz unten sein Naja Unser Beobachter hat eh gesagt Eigentlich dürfte es das Erz schon gar nicht mehr geben Aber ich weiß doch, dass wir Glück haben So Was seid ihr für kleine süßen Dinger Okay, seid ihr damit süß Ich habe drei Augen, tötet das Alles mit einer ungeraden Anzahl Eher Augen muss man umbringen So Voll hier Ach Leute, ich darf hier nicht so meinen SP raushauen Der so bad ist man Aber ich darf hier nicht so meine SP raushauen Weil Ich weiß nicht, wo der nicht zu Speierpunkt ist Wenn ich weiß, dass der Speierpunkt der nie ist Dann kann er ja alles raushauen So wie ich es zu viel habe So Warst du nicht mal letztens einen Bossfalt? Führe ich gar nicht lustig So Ich finde dich nicht lustig So Nein, nein, fucht sich Irgendwelch noch einen Drachenhieb Alter, schwach Hat er gezahlt? Jetzt hat er noch wenig Erfahrung Ja, 1000 Euro Von den fünf Stück, Mann Das wäre gut Okay Jetzt bin ich einen Stock weiter unten Da wäre jetzt der nächste Gang Ich weiß es nicht Ja gut, sowieso aussieht Das ist die Wurstfugel Dann nehmen wir den Weg So Krabbeln wir mal da unten hin Und schon wo uns der Weg hier hinbringt Nein, es geht doch einfach zurück, oder? Ne, ich bin doch gerade ein Loch runtergekommen Ne, es passt So Und da geht es das nächste Loch Wie Alter Dafür, dass du mich erschreckt hast So Eine Gruppe von Gegner Jetzt schauen wir, was die so drauf haben Es wäre sehr schön, wenn man ein Level von den Gegner hättest Es wird mir so viel leicht sagen Ähm Wie weit ich bin 72 Man ja, weil es keine Untut der Gegner ist, gell Das geht Eine Rüstung mit irgendeinem Geist drin Das ist keine Keine Untut der Gegner Scheiß drauf auf MP, sparen Irgendwo hier wird mehr Bossfallzeit Der wird mich klappen, weil ich keine MP mehr So 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 Du Pissnelke Halte Mal ja, ein Tier Werde mir ist das doch Wurstmann Mal ja, alle platt Alles in aller Also Maxi, sind jetzt Alter, willst du mich verraschen? 140 Schaden Max, jetzt muss man ein Ja, genau Sei wieder zweimal am Stück dran, gell Jetzt ist die Garn... Hey! Verarschst du mich aktuell, Mann? Jeder Gegner ist zwei bis drei Mal dran. Und ich? Meine ganze Frau hat jetzt geschockt. Musst du jetzt noch lebendig sein, ne? Magst du das eigentlich den ganzen Kampf allein gewonnen? Kackfiech! So, 3,8, Mann. Ja, ist immer noch okay. Was wollen wir denn jetzt so, in generell Fälle? Boah, 31.000 Punkte schon wieder. Das hätte ich mir nicht anschauen sollen. Der prämiert mich gleich. Aber dieser eine Schwerteam, den der rauskauen hat, der war madig, Mann. So. Okay, mein kleiner Drecklein. Du ignorierst mich, ich ignoriere dich. Nein, ich habe doch Eriks Fähigkeit. Ich kann mir doch mal anschauen, was da drin ist. Ich hasse die. Ich hasse sie so sehr. So. Kräftigung. Äh, setzt alles ein. Das nutzt jetzt nicht. Nein, was war ich in Giga-Heap? Ich wollte noch Falken-Heap, Mann. Ihr müsst es mir glauben. So, Schwächung. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr, Mann. Wenn immer so, wenn immer so Sachen, die immer klappen, auf einmal nicht mehr klappen. Keine Ahnung. Ich glaube, da ich nichts dagegen. Was? War schön. So, bitte. Ähm. Energie-Schub auf Maxi. Dann mach mal Falke. Ich hasse diese Kackpüxen. So, sehr schön. Genau, Maxi, bitte nicht Jade. Das Spielverderber. Ich hasse es. Nein, mein Mann. Ach komm, Mann. Irgendwann was sinnvolles machen wäre nicht schlecht. So, ja, Magie klappt jetzt, glaube ich, nicht. Dann mach mal einfach den Halshauber. Komm. Na, jetzt komm. Bitte lass mich mit meiner Party dran kommen. Jetzt nach 5.000 versuchen endlich mal die richtigen Skills auswählen. Das kostet viel zu viel MP, aber 410 Schaden. So, mal da. Schön. Jetzt kommt natürlich Maxi nicht dran. Ich leg's halt einfach mal Falkenüb und, äh, Quari, das passt eigentlich immer so, aber das wär viel besser. Schau ich hab, wie viel mehr Schaden ich mach. Aber die Reihenfolge ist sie random, man. Jetzt kommt einfach Maxi zweimal am Stück dran. Ich sag, es ist so random, Mann. Ja, genau. Jetzt ist auch noch gekräftig die Kackbox. So, insta-kit auf meine ganze Party. Haha, lustig. Komm, Bandis. Stoßfelbel ist sau effektiv, Mann. Gute Fähigkeit. Okay, Leute. Wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Äh, beim nächsten Mal geht's dann ja weiter und ich hoffe, ich treffe dann nicht mehr auf so fiese Kisten. Bis dann, hat rein. Auf Wiedersehen. Ciao.